Geht's jetzt ganz schnell, Paris Saint-Germain macht ernst bei noch Bayern-Star Joshua Kimmich. Auch Xavi Simmonds hat endlich eine finale Entscheidung getroffen. Und ist der VfB-Transfer von Dennis Undorf etwa endgültig geplatzt? Ihr kennt das Ganze, alle Infos, die ihr baut immer hier kurz und kompakt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann starten wir natürlich auch direkt rein mit dem FC Bayern. Genauer gesagt, geht's natürlich mal wieder um Joshua Kimmich. Ich denke mal, das ist nichts Neues mehr für euch. Rund um den 29-Jährigen gibt's ja schon seit Monaten diverse Abgangsgerüchte. So viel ist klar, Kimmich genießt bei den Bayern nicht mehr das 100-prozentige Vertrauen wie vielleicht noch vor 2-3 Jahren. Und nachdem sein Vertrag 2025 ausläuft, stand immer mal wieder die Frage im Raum, ob er den Verein vielleicht noch in diesem Sommer verlassen wird. Und genau hier wird's auch erst interessant, weil in neuen Berichten zufolge hat Paris Saint-Germain jetzt mal den ersten Kontakt mit den Bayern und Joshua Kimmich aufgenommen. Der französische Meister soll Kimmich ja schon seit längerem beobachten und man soll sich auf jeden Fall vorstellen können, dass er der neue Mittelfeldchef wird. Und genau deshalb hat man sich jetzt einfach mal bei Max Eberl und Co. erkundigt, ab welchem Preis die Bayern gesprächsbereit wären. Außerdem hat man sich auch erkundigt, welche Gehaltsvorstellungen Joshua Kimmich denn hätte. Und ich denke mal, ich brauche euch nicht erzählen, dass die Pariser auf jeden Fall in der Lage sind, diesen Transfer aus finanzieller Sicht über die Bühne zu bringen. Aber auch wenn die Münchner eigentlich bereit dazu sind, Kimmich gehen zu lassen, bedeutet das natürlich noch nicht, dass er den FC Bayern direkt morgen verlassen wird. Weil er selbst soll einem Wechsel momentan auf jeden Fall mehr als skeptisch gegenüberstehen. Für ihn sind scheinbar Topklubs in Spanien und England dann doch ein bisschen interessanter und er kann sich da auf jeden Fall eher vorstellen, hinzuwechseln. Außerdem soll Kimmich ja auch bereit dazu sein, 2025 ablösefrei zu wechseln. Da kann man demnach zum aktuellen Zeitpunkt erstmal nicht mehr tun, als ein bisschen abwarten. Paris Saint-Germain kann sich auf jeden Fall vorstellen, Joshua Kimmich noch in diesem Sommer zu verpflichten, aber ob es dann wirklich einen Transfer geben wird, das wird sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Was meint ihr? Paris und Kimmich, passt das? Oder sollte der 29-Jährige dann doch beim FC Bayern bleiben? Ja, und wenn wir dann gerade schon beim Thema PSG und FC Bayern sind, dann bleiben wir da natürlich auch noch ganz kurz. Es geht selbstverständlich mal wieder um Oranje-Star, Xavi Simmonds. In den letzten Wochen haben wir mehr als ausgiebig über den 21-Jährigen gesprochen und auch darüber, dass RB Leipzig und der FC Bayern die größten Favoriten auf einen möglichen Transfer sind. Besonders Max Eberl hat ja alles versucht, um sich die Dienste von Simmonds sichern zu können. Aber nichtsdestotrotz ging die klare Tendenz in den letzten Tagen dann doch eher Richtung Leipzig. Ja, und das, was sich längere Zeit angebahnt hat, das wird jetzt zur Realität. Xavi Simmonds hat neuen Berichten zufolge eine Entscheidung getroffen. Er möchte, wie es heißt, noch ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben und sich dort natürlich auch direkt weiterentwickeln. Im Raum steht eine erneute Laie ohne Kaufoption, die man mit Paris vereinbaren möchte. Damit hat das Transferdrama auch endgültig ein Ende. Es gibt noch ein paar kleine Details, die man klären muss und dann wird das Ganze auch offiziell verkündet werden. Für die Münchner ist das natürlich eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Xavi Simmonds war das absolute Wunschtransferziel für Max Eberl. Man fokussiert sich jetzt ganz auf Rennstar Desi Redouet, aber auch da gibt es ja noch ganz, ganz große Fragezeichen. Wie es da weitergeht, das wird sich zeigen. Klar ist zum aktuellen Zeitpunkt nur, dass Xavi Simmonds kommende Saison nicht im Trikot vom FC Bayern spielen wird. Ja, und schlechte Neuigkeiten gibt es tatsächlich nicht nur für den FC Bayern, sondern momentan auch für den VfB Stuttgart. Nachdem man bereits viele Leistungsträger der abgelaufenen Saison die Konkurrenz abgeben musste, gibt es jetzt gleich den nächsten Knall für den VfB. Die Rede ist natürlich von DFB-Star, denn es und auf neuen Berichten zufolge ist ein Transfer nämlich fast endgültig vom Tisch. Brighton hat nämlich, wie es heißt, das letzte Angebot der Stuttgarter von fast 30 Millionen Euro auch noch abgelehnt. Dass der VfB da jetzt nochmal ein verbessertes Angebot vorlegt, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Und auf selbst möchte ja sehr gerne beim VfB bleiben. Nach 27 Scorer-Punkten in 30 Bundesliga-Einsätzen ist das natürlich auch mehr als verständlich. Der Transfer ist zwar noch nicht offiziell geplatzt, aber die Stuttgarter schauen auf jeden Fall schon nach möglichen Alternativen. Aber nachdem Neu-Trainer Fabian Hürzeler auch sehr, sehr gerne mit Dennis Undorf zusammenarbeiten würde, ist dann doch eher fraglich, ob Brighton ihn wirklich gehen lassen wird. Solange die Tür noch nicht zu 100% geschlossen ist, werden die Stuttgarter auf jeden Fall alles versuchen, um den Transfer vielleicht doch noch über die Bühne zu bringen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es dann doch eher aus, als würde Dennis Undorf kommende Saison wieder in der Premier League spielen. Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen Dank natürlich, dass ihr am Start wart, macht's gut und bis zum nächsten Mal.